Bei vielen wird es mit der Zeit langweilig oder sogar richtig öde im Bett. Wie du auch nach jahrelanger Beziehung oder sogar in der Ehe richtig viel Spaß haben kannst, das verrate ich dir. Herzlich willkommen zu 61 Minuten Sex. Mein Name ist Jan und damit es auch in langen Beziehungen immer noch knistrig und feurig bleibt und auch der Sex gut und häufig bleibt, gibt es einiges, was du tun kannst. Und ich spreche jetzt mal aus männlicher Perspektive, weil es mir eher entspricht. Die ganzen Dinge kannst du natürlich auch als Frau anwenden. Also fangen wir an mit den Überraschungen. Frauen lieben Überraschungen. Das heißt, bereite Kleinigkeiten vor. Das sorgt so für eine gewisse Spannung und auch immer wieder für eine Überraschung. Und das sorgt dafür, dass sie weiß, dass du sie liebst und dass du bei ihr bist, dass du dir Mühe gibst, dass du einfach etwas von dir aus machst, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das kann sein, dass du ihr 50 Rosen kaufst. Oh, das ist teuer? Ja, das ist teuer. Kann man mal machen. Man kann aber auch eine Rose kaufen. Kostet viel weniger und ist trotzdem eine schöne Geste. Genauso muss es natürlich auch nicht materiell sein. Ein Mini-Vibrator ist auch was Schönes. So für unterwegs kann man auch noch mit anderen Ideen kombinieren, diese Fantasie. Aber es gibt auch noch mehr. Den Kuschelsitz im Kino reservieren. Und wenn es kein Geld kosten soll, naja, dann ist es vielleicht einfach mal Frühstück ans Bett bringen. Ob am Wochenende ausgiebig oder auch während der Woche einfach mal den Kaffee schon gemacht haben, wenn sie aufsteht. Obwohl du vielleicht eigentlich später aufstehen müsstest. Ja, während sie duscht, kurz zack, 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 am Tag vorher vorbereiten, noch ein Teelicht dazu stellen. Kostet nicht die Welt, macht aber einen riesen Unterschied. Diese Wertschätzung, die du zeigst. Ja, auch Körperkontakt, eine Nackenmassage, ohne dass du danach direkt Sex willst. All diese Dinge kannst du im Alltag einbinden. Und wenn du das immer wieder tust, dann wird sie dir vertrauen, dass du eben wertschätzt, wer sie ist und was sie, naja, was sie darstellt. Als Frau, Weiblichkeit hervorheben, ja, Unterwäsche zusammen einkaufen gehen, all diese Dinge überraschen. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Ihr Frauen könnt ja gerne mal drunter schreiben, was sind denn die tollsten Überraschungen, die euch mal begegnet sind. Oder auch ihr Männer. Hey, schreibt doch einfach eure Ideen drunter. Was kann man machen? Was habt ihr schon gemacht? Was kommt wirklich gut an? Neben den Überraschungen gibt es auch viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel die Hingabe. Du kannst mal sagen, ich möchte jetzt mal absolut nur das tun, was du von mir willst. Das geht in beide Richtungen. Ich möchte einfach nur dienen. Wirklich das tun, was du gesagt bekommst. Das fällt dem anderen vielleicht schwer? Gewöhnt euch dran. Bindet es immer mal wieder ein. Ein gewisses Gefälle von Macht und Hingabe bedeutet nicht immer, dass es in eine SM-Geschichte gehen muss, wo das Gefälle sehr stark ist. Aber die Grundeinstellung zu sagen, okay, ich gebe mich hin, ich tue, was du sagst, was du möchtest. Und genauso andersrum, ich sage auch mal, was ich möchte. Und dann erwarte ich, dass das umgesetzt wird. Man kann sich da rantasten. Gerade am Anfang ist es gut, überhaupt erstmal drüber zu sprechen, wie sich dieses Gleichgewicht vielleicht gestalten kann. Denn es geht ja nicht darum, dass ihr meine Vorstellung umsetzt, sondern dass ihr eure eigenen umsetzt. Deswegen geht es einfach darum, dass du jetzt das Gespräch suchst und ihr sagst, hey, das würde ich gerne mal ausprobieren, da ein bisschen mit zu spielen. Und los geht's. Punkt Nummer 3 macht mir immer viel Freude. Denn da geht es um eine Tabuliste. Sex muss nicht tabulos sein, kann er, kann auch gut sein. Und er kann sogar noch besser werden, wenn ihr Tabus einführt. Und zwar genau Tabus für die Dinge, die ihr immer tut. Das heißt, ihr brecht eure Routine. Ja, Routine, irgendwie immer das Gleiche, wird langweilig. Und ihr könnt sie brechen, indem ihr eine kleine Tabuliste aufschreibt. Und da die Dinge aufschreibt, die ihr immer macht. Wenn ihr zum Beispiel immer mit Oralsex anfangt, dann lasst das mal weg. Wenn ihr immer im Bett Sex habt, dann macht es mal überall, aber nicht im Bett. Das Bett steht auf der Tabuliste, nicht auf dem Bett Sex haben. Und so weiter. Füllt diese Tabuliste mit 3 bis 5 Dingen, die ihr sonst immer macht. Und schon werdet ihr sehen, dass ihr, wenn ihr euch dran haltet, und das empfehle ich euch sehr, dann werdet ihr ganz neue Sexerlebnisse haben. Das müsst ihr natürlich nicht immer machen. Ja, also dass ihr jetzt nie wieder im Bett oder zuerst Oralverkehr oder so habt. Nein, es geht darum, es mal auszuprobieren. Mal eine Woche lang. Eine Woche lang gar nicht im Bett Sex haben. Eine Woche lang gar keinen Penetrations-, also normalen Geschlechtsverkehr mit Penetration. Nein, wir machen alles andere, aber das nicht. Und dann guckt ihr mal, wie ihr euch nach einer Woche aufgeheizt habt. Unglaublich schöne Erfahrungen kann man damit machen. Einfach über eine Tabuliste. Dann gibt es als Viertes noch die allgemeine Abwechslung. Das bedeutet neben den Stellungswechseln. Ja, ihr müsst nicht das Kamasutra durchturnen, aber ab und zu mal eine neue Stellung ausprobieren. Ist eine super Sache. Oder auch andere Orte, an denen ihr Sex habt. Das kann sein, dass ihr eben jetzt nicht im Bett Sex habt, sondern woanders. Es kann aber auch sein, dass ihr euch gezielt einen Ort sucht, wo ihr sagt, da wollte ich schon immer mal Sex haben. Überlegt, was für Fantasien habt ihr oder hattet ihr früher mal. Ob dann in der Sauna oder im Swimmingpool, im Meer, wo auch immer ihr Sex haben wollt. Lebt diese Dinge zusammen aus oder redet zumindest schon mal drüber. Und dann kann man auch noch abwechseln bei den Accessoires. Das bedeutet zum einen die Dessous. Zusammen shoppen zu gehen, zu gucken, was gibt es für Männer und für Frauen für Dessous. Und da einfach mal ein paar Euro in die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, wir gönnen uns jetzt was. Für die Partnerschaft kaufen wir uns einfach mal neue Reize. Und natürlich auch Spielzeuge, Sexspielzeuge einzukaufen. Auch da zusammen shoppen gehen. Während dem Shoppen gehen kann man drüber reden. Die Verkäufer sind in der Regel sehr offen. Oder auch online gibt es super Beratungsangebote. Das einfach zu nutzen und zu gucken, hey, was könntet ihr da zusammen Neues ausprobieren. Eine Sache dazu noch, ihr müsst nicht direkt mit Hardcore-Spielzeugen anfangen, wie irgendeiner Gärte und denen so und so Leder fesseln. Ihr könnt euch auch erstmal langsam rantasten. Auf jeden Fall empfehle ich euch eine Augenbinde. Habt mal mit Augenbinde-Sex. Vielleicht am Anfang erstmal einer von beiden, vielleicht sogar auch beide. Das hilft total aus dem Kopf, aus den Gedanken zu kommen und mehr ins Gefühl zu gehen. Augenbinde gibt es überall zu kaufen, kostet ein paar Euro und ist ein super Hilfsmittel. Dann geht es natürlich weiter mit Möglichkeiten wie zum Beispiel dem Dirty Talk. Kann man erstmal sagen, oh, das ist nichts für mich, habe ich schon einmal ausprobiert, war nicht gut. Vielleicht findet ihr ja trotzdem eine Ebene, wie ihr versaut miteinander reden könnt. Gerade dann, wenn das Lustlevel hoch ist. Dirty Talk ist wichtig, dass es angemessen ist am Erregungslevel. Wenn die Erregung niedrig ist und Dirty Talk direkt extrem intensiv, ist es nicht so gut. Das heißt, das Erregungslevel steigern und die Dirty Talk-Worte anpassen. Wenn es Tabu-Worte gibt, sprecht vorher drüber und überlegt einfach mal, was war. Und vielleicht probiert ihr es auch einfach mal aus, wenn ihr sagt, ey, egal, wir machen das jetzt, sei nicht beleidigt. Wir sprechen nachher drüber. Aber währenddessen erstmal Spaß haben und nachher gucken, okay, das Wort fand ich super, das auch, das nicht so. Ja, dann lasst es beim nächsten Mal weg. Ihr habt ja noch viele Jahre vor euch, in denen ihr weiter Sex haben könnt. Es geht ja darum, Abwechslung zu schaffen. Eine weitere Möglichkeit kann natürlich sein, und das ist jedem selbst überlassen, eine andere Person dazu zu holen. Vielleicht in der Realität, vielleicht aber auch erstmal nur in Gedanken. Hey, Schatz, wie ist es? Stell dir mal vor, da ist noch ein anderer Mann gerade im Raum und er guckt dich an und er findet dich total geil und so weiter. Ja, also in dem Dirty Talk, den ich eben angesprochen habe, vielleicht eine Person zu integrieren. Ob ihr das mit einer realen Person oder in einem Swinger-Club oder so auslebt, ist nochmal was ganz anderes. Aber überhaupt in der Fantasie mal zu schauen, was das mit euch macht. Und dann kommen wir zu einem der Tipps, die sehr einfach und doch mächtiger sind, als die meisten glauben. Zumindest diejenigen, die es noch nicht ausprobiert haben. Hier geht es darum, ein festes Date auszumachen. Es muss nicht sein, dass ihr jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr Sexzeit einplant. Aber bewusst zu sagen, jetzt ist Paarzeit, Datezeit, Sexzeit, wie auch immer ihr sie nennen mögt. Ihr müsst auch nicht immer Sex daran haben. Aber sucht euch eine fest definierte Zeit aus und bereitet euch darauf vor. Ja, so dass ihr wisst, okay, da wird jetzt was Neues passieren. Ob es dann ist, dass ihr mal endlich wieder nach den Kindern oder so Zeit für euch habt. Oder dass ihr sagt, ja, da wollen wir richtig geilen Sex haben, deswegen müssen wir gucken, dass keiner in der Nähe ist. All das ist euch überlassen. Aber eine feste Zeit zu überlegen, dann weiß man, ich gehe vorher duschen, ich mache mich nochmal schick, ziehe schicke Unterwäsche an und so weiter und so fort. Oder ich überlege mir vielleicht auch, was könnte passieren, worauf hätte ich Bock. All diese Dinge vorher abzustecken und das einfach mal ausprobieren. Wenn du sagst, ich bin nicht der Planertyp, ja, war ich früher auch nicht. Aber wenn man das mal gemacht hat, das macht schon was. Also, nicht skeptisch sein, einfach ausprobieren. Was kann schlimmer sein, als eine Stunde Sex zu haben? Ach, eins noch dazu. Unbedingt die Handys ausschalten dabei. Auch kein Brummen mehr an. Komplett Flugmodus aus das Ding ab in die Ecke. Am besten in ein anderes Zimmer. Wichtig ist das deswegen, weil jedes Mal, wenn dieses Ding, Ding, Ding kommt, denkt man darüber nach, dass man antworten möchte. So wie der Pavlovsche Hund direkt anfängt zu sabbern, wenn die Glocke gläutet, obwohl es nichts zu fressen gibt. So denkt man direkt, aha, da müsste ich jetzt was tun. Handys bitte ausschalten. Gut, das war der letzte Tipp. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du das Video bewertest und auch den Kanal abonnierst. Das hat nämlich noch einen Vorteil. Andere Leute sehen dieses Video auch. Und damit finden sie nicht nur die Informationen, sondern es wird auch direkt Kindern, Jugendlichen und Menschen mit Handicap geholfen. Wenn du mehr über Channel Aid und die Aktionen erfahren willst, dann schau bitte unter dem Video in die Infobox. Da findest du mehr Details. Das war es von mir für heute. Wenn es dir gefallen hat oder auch wenn du noch Fragen hast, kannst du dir natürlich in die Kommentare schreiben. Also einen schönen Tag noch, genießt das Ausprobieren. Ciao.